Jetzt geht es darum, wie bauen wir jetzt diese Brücke. Wir haben uns so ein bisschen ausgemalt, wie es da auf der anderen Seite aussieht, was ich da haben möchte. Und bei mir waren ja dann auch schon so ein paar Kunden dabei, die ganz gut waren, aber es war noch nicht so wirklich am Laufen. Und jetzt geht es eben darum, diese Brücke zu bauen. Diese Brücke war in meinem Fall eben Vlog-Video-Marketing. In meinen Worten einfach vor die Kamera gehen und selber zum Storyteller werden. Vorteile natürlich, du erzeugst extremes Vertrauen. Ein Kunde kauft einfach aus Vertrauen. Und du wirst natürlich auch sichtbar dadurch. Du ziehst die Wunschkunden an, also bist wie ein Magnet. Die Leute, die zu dir passen, die kommen zu dir und die, die nicht zu dir passen, die schreckst du ab und es ist auch völlig okay. Wenig Kosten, wir sitzen ja an der Quelle, wir können alle Filme machen. Also das ist doch geil. Vertrieb Tag und Nacht. Du schläfst und du machst Vertrieb oder die Videos machen für dich. Vertrieb. Und es ist skalierbar, also theoretisch auf der ganzen Welt zu sehen. Kannst du auch Werbeanzeigen schalten. Es ist ein Vertrieb, der wirklich Tag und Nacht für dich funktioniert. Werbeanzeigen. Werbeanzeigen. Untertitelung des ZDF, 2020